Ja, Leute, wir müssen noch ein bisschen Energie machen, wir müssen proben, wir können doch jetzt hier nicht einfach so rumlungern. Wir wollen ein bisschen was haben für das Highfield, wir müssen das fertig machen. Diese Sterne sind überhaupt noch gar nicht fertig, diese Sterne sind überhaupt noch gar nicht fertig. Dann muss ich selber, glaube ich, hier noch mal was an diesen Schildkorn machen. Wir müssen raus. Wir müssen auch noch die Zementes machen. Wir sind zurück, wir kommen vorbei, Highfield, macht euch was bereit. Wir bauen unsere Boxen zusammen und dann sind wir bei euch. Mach's gut, hau rein, komm, die Zeit läuft. Ich muss hier die Sterne auch noch mal neu sprühen, weil die sind auf meiner Pappe falsch. Das ist hier gerade, während das bei den anderen Schildern waagerecht ist. Das muss ich noch mal neu sprühen. Vielen Dank. Vielen Dank.